und für heute gibt es noch mal den mastwurf oder webleinsteg und weil man ja schon so oft hatten machen diesmal einhändig kann beim klettern ganz nützlich sein wenn man am stand ankommt sich mit einer hand am fels festhalten möchte dass man nicht runter fällt mit dem anderen aber erst mal seinen stand aufbauen oder sich im stand einhängen möchte dafür nimmt ihr ein seil hängt das erst mal in karabiner ein greift dann hinter beiden durch schnappt euch das hintere verdreht das einmal dass ihr wieder wie beim normalen mastwurf die zwei schlaufen habt deren seilenden versetzt vor der querleine lang laufen und dann hängt ihr euch das ganze noch mal in karabiner ein drauf gezogen und ihr seht ihr habt hier schön den mastwurf drin wird auch schön passt alles